Ich habe hier ein paar Zahlen für dich. Instagram 545.000 Follower, TikTok 924.000 Follower, YouTube 133.000 Follower, alles Stand Ende März 2023. Wie wichtig sind dir Follower? Gar nicht, weil ich das Geschäft mit Social Media gar nicht gestartet habe, um irgendwie Follower zu generieren, sondern eigentlich relativ simpel. Ich wollte einfach neue Kunden für mein Immobiliengeschäft generieren. Also es war eigentlich so die Idee aus meiner Stuttgarter Bubble, wo ich herkomme, wo man mich so kennt, wo ich mein Netzwerk habe, wo alles auch wunderbar funktioniert. Wollte ich einfach raus und neue Menschen erreichen, neue Kunden generieren, die Interesse haben, Immobilien zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, so hey, versuchen wir es mal mit TikTok damals. Mein Sohn hat mich damals drauf gebracht. Und ja, das war eigentlich die Intention. Also relativ simpel. Da ging es gar nicht darum, irgendwie Follower zu generieren oder irgendwie, dass mir das Thema Follower wichtig sind. Du sprichst es schon an und die, die den ich kennen, kriegen es jetzt spätestens mit. Du hast irgendwas mit Immobilien zu tun. Daher wahrscheinlich auch der Social Brand Immo, Tommy. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben, was du denn da beruflich machst. Genau. Also ich habe vor sieben Jahren circa gestartet und habe meine erste eigene Immobilie gekauft zum Vermieten als Kapitalanlage. Habe das dann so weiter hochgedriftet innerhalb von eineinhalb Jahren auf vier Objekte. Dann haben das meine Freunde, Bekannte so mitbekommen, hey, irgendwas macht der Typ da mit Immobilien? Wie kann das sein? Der kauft sich eine nach der anderen Wege schnitten Brot. Ich will auch. Dann habe ich halt so als Tippgeber fungiert, habe die ersten Immobilien so vermittelt. Habe dann gedacht, das ist eigentlich ein cooles Geschäft und Tippgeber ist okay, aber nicht sexy genug, der geht noch ein bisschen mehr. Habe dann meinen Maklerschein gemacht und habe dann selber angefangen, aktiv zu makeln und bin dann so ins Geschäft durch meine eigenen Objekte, die ich gekauft habe, eingestiegen. Und ja, Ende 2020, wie gesagt, habe ich dann mit Social Media begonnen, um so ein bisschen mehr Menschen zu erreichen, mehr Kunden zu generieren, sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite. Okay, das heißt, du bist mehr als ein Immobiliencoach, sondern du bist fast schon so ein Immobilienberater. Kann man das so nennen? Ja, also sind mittlerweile zwei Geschäftssparten bei mir entstanden. Die eine Sparte ist tatsächlich so, Leute verkaufen mir Objekte oder wollen, dass ich es verkaufe für sie oder kaufen bei mir Objekte. Die andere Sparte, die entstanden ist, Ende letzten Jahres ist der Kurs, den ich mache, die EMO Masterclass. Für die Leute, die gerne wollen, aber die sind noch nicht so weit. Denen fehlen vielleicht noch Mut, Angst, Wissen, die richtigen Leute um sie herum. Und da ist dann die Idee zur Masterclass entstanden. Ich sagte, hey, ich habe hier einen Videokurs mit 125 Videos auf 30 Modulen, eine Telegram-Gruppe mit allen Käufern, wo knapp 1000 Leute jetzt drin sind, die sich gegenseitig pushen und unterstützen und halt regelmäßigen Live-Calls. Und so sind eben dann zwei Sparten entstanden aus dem Doing. Also es war halt nicht geplant, es ist einfach so, hat sich so in dieser Reise, in dieser Social-Media-Reise ergeben.